Was ist die Dissektion der Wirbelarterie? Die Dissektion von Wirbelarterien ist das Zerreißen der Wand eines Gefäßes, das Blut zum Gehirn transportiert. Es kann in einem der beiden Zweige dieser Halsarterien als Folge eines Traumas auftreten oder kann spontan als Folge einer bindigen Webserkrankung auftreten. Wenn die Gefäßwand zerrissen ist, sammelt sich Blut in der Arterie und beginnt zu gerinnen. Dieser Prozess kann einen Teil der Blutversorgung des Gehirns blockieren, was zu unterschiedlichen neurologischen Problemen führt. Bei einer sofortigen Behandlung erholen sich die Patienten oft vollständig. Die beiden Wirbelarterien zweigen vom unteren Hals ab und laufen entlang der Wirbel in den Schädel. Im Gehirn gehen sie in die Arteria basilaris über, über die sie schließlich Bereiche wie die Arteria cerebellaris mit Blut versorgen. Unter Dissektion versteht man das abrupte Abreißen der Wand des Wirbelgefäßes. Dies führt zu Blutungen innerhalb der Arterie und anschließendem Ansammeln von Blut in einem enthaltenen Bereich des Blutgefäßes. Die Dissektion der Wirbelarterie scheint bei Männern etwas häufiger zu sein als bei Frauen, obwohl klinische Studien über das Ausmaß der geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht einig sind. Die Dissektion der Wirbelarterie kann nach einem Nackentrauma aufgrund von Gewalt oder plötzlichen Bewegungen auftreten oder spontan durch verschiedene Krankheiten entstehen. Traumatische Ursachen sind in der Regel Schleudertrauma bei Autounfällen, aber auch extreme Streckungen des Nackens während des Trainings oder der Behandlung mit Chiropraktik können zu Rissen führen. Wie bei Komplikationen aufgrund der Dissektion der anderen Hauptblutgefäße des Halses, der Halsschlagadern, umfassen die Symptome klassischer neurologischer Probleme wie Kopf- oder Nackenschmerzen, Schwindel- und Sehstörungen. Die Pathologie einer Wirbelarteriendissektion ergibt sich aus der Blutung innerhalb des Blutgefäßes. Die Hauptkomplikation wird durch die Gerinnung verursacht, die in einem Teil der Arterie enthalten ist, wo sich Blut in einer beutelartigen Kammer ansammelt. Größere Dissektionen können einen Ast der Arterie blockieren, sobald sie gerinnen, wodurch die Blutversorgung von Teilen des Hirnstamms oder des Kleinhirns unterbrochen wird. Manchmal kann sich Blut im Gefäß ansammeln, wodurch es sich in einer Art und Weise ausdehnt, die einem an Irrös meinet, und ein Bärsten riskiert, obwohl dies ein ungewöhnliches Ereignis ist. Ein kleiner Prozentsatz der Schlaganfälle wird durch Dissektion der Wirbelarterie verursacht. Obwohl diese Erkrankung insgesamt und bei älteren Menschen ungewöhnlich ist, macht sie bei jüngeren Menschen bis zu einem Viertel der Schlaganfälle aus. Sobald das Blut in den Arterien der Dissektionsarterie gerinnt, besteht die Gefahr, dass ein kleines Fragment des Klumpens in den Blutstrom abbricht, was zu einer Embolie führt, indem ein kleineres Gefäß weiter stromaufwärts im Gehirn blockiert wird. Die Dissektion der Wirbelarterie kann über mehrere Monate mit den gerinnungshemmenden Mitteln Heparin oder Waffarin behandelt werden. Eine Mehrheit der Patienten erholt sich innerhalb weniger Monate nach der Behandlung und Todesfälle sind relativ selten.